ja hallo liebe freunde liebe interessenten ja wie sollte es anders sein ich spreche oder ich motiviere meine freunde und interessenten für ein total neues business mit dem sie ein zweites oder meinetwegen ein drittes einkommen aufbauen ich spreche über quality of life wie erreiche ich quality of life ist für mich der begriff gesund zu bleiben glücklich zu sein genügend geld zu haben aus verschiedenen einkommen strömen sein leben finanzieren zu können das leben genießen zu können ohne existenzangst wir haben das ist das was ich propagiere eine sogenannte ausbildung für alle die jetzt einen zweiteinkommen aufbauen alle die in zukunft ruhiger schlafen wollen alle die in zukunft nie mehr angst haben müssen wenn mein haupteinkommen teilweise weg bricht oder zur gänze weg bricht dass ich mit meinem zweiteinkommen auf alle fälle mein leben weiter finanzieren kann und genau so weit am leben kann wie bisher also reines zweiteinkommen denn warum haben da draußen alle die bisserl hirn haben mehrere einkommensströme in verschiedenen beteiligungsformen und 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 weil sie auf sicherheit können weil sie sich auf breitere basis was die einkommen betrifft aufstehen und das empfehle ich eben jeden selbstständigen gewerbetreibenden freiberufler und so weiter aber auch pro kristin und dann muss dieser pro krist war das tolles einkommen wenn die firma zu sparen muss weil wie man jetzt zwei monaten drei monaten vier monaten die umsätze total einbrechen ist auch der job weg auch wenn der noch so super war firmen die 200 jahre markt haben jetzt oder müssen zusperren ist so ok aber es muss nicht so sein das hat mich hier bestärkt das ganze network marketing es geht darum wie kannst du von zu hause aus oder nebenbei ganz einfach neben deinen jetzigen einkommen in der jetzigen tätigkeit ob als baukurist oder freiberuf auch immer zusätzlich mit dem digitalen marketingkonzept via internet gutes geld verdienen einmal aufgebaut eine community mit kunden und weitere business partner oder geschäftspartner oder auch leute die einfach einkommen haben wollen und einkommen aufbauen wollen ohne irgendwo hinfahren zu müssen ohne ein lager nicht so egal was auch immer einkommen aufbauen umsätze machen im internet nun muss man wissen wie es funktioniert und deswegen sage ich bitte macht diese ausbildung die wir einander ich biete ja consulting ein ziemliches gesamtpaket alles kann man aber vieles dass sie die das auf den aufbau des zweiteinkommens durchaus nebenbei machen können ohne dass ich das ist das geschäft jetzt so vernachlässigen und so weiter ist alles möglich aber es ist entscheidend dass ihr das wirklich jetzt durchzieht dass ihr das ob das jetzt ein monat dauert oder zwei monat wo man das lernen wie man im internet sein business aufbaut wie man im internet geld verdient wie man im internet ein einkommensstrom aufbaut der permanent und ständig und permanent und ständig weiterlauft das ist es was wirklich für jeden da draußen der ein bisschen einen lebensstandard hat und in gefahr laufen kann dass er ein teil seines einkommens wegbricht oder ein totalverlust ist also dann ist schon gut dass man plan b hat dann schauen wir uns jetzt an wie viele firmen da draußen total unterschiedliche betriebszwecke haben unterschiedliche firmen beteiligungen an firmen haben warum ja weil sie auf sich noch mal sicher gehen wollen wenn der zulieferer nicht mehr funktionieren okay stehen die räder still was sie wissen ich habe eine zweite einkunftszeit oder möglichkeit oder dritte und habe damit mehrere einkünfte und kann mich jederzeit zurückziehen in pension gehen was auch immer aber wichtig ist dass man richtig macht dass man die die richtigen richtigen tools und dass man es selbst machen kann auf niemanden mehr abhängig sein denn egal ob du jetzt einen internetexperten hast schau dass den los wirst schau dass du selber dein werbeexperte wirst du brauchst kein ausgebildeter werbekaufmann selber wie ich bin du kannst einfach dass wir bringen das bei wie funktioniert die ganze geschichte es ist gar nicht so kompliziert muss nur wissen wie kann mit wenig oder mit geringen investment in das werbebudget ein einkommen aufbauen das sie dann von selbst also in refinanzierung soll wieder weiter und weiter und weiter aufbauen das auf seriöse art sauberer art mit tadelklausen premium produkten alles alles perfekt und aber wie gesagt die aus es steht im vordergrund zuerst die ausbildung ich tue mir das gar nicht mehr an dass ich jemanden sage mach jetzt ein wenig mit diesen produkten oder machen wir den völlig sinnlos wenn die nicht verstehen wie man das via internet auch den nächsten der nächsten der nächsten beibringt oder in die empfehlung und alles was damit zuwählen also wichtig ist macht diesen video lehrgang video kurs video workshop wird wie auch immer das ist komm auf meine seite kick an informierte ausführliches gespräch und kostet ja nichts die information ist gerade wenn du natürlich dann die werbe den kurs magst kostet ein paar euro aber du weißt dann wie es geht du bist unabhängig das ist das ganze was ich sage mach dich nie irgendwo abhängig schau dass du mehrere einkunftsarten hast du unabhängig bist dass du von zu hause aus egal wo du bist der international dieses geschäft betreiben kannst wenn du wissen willst wie es geht nicht verzeigen josef fragen anfrage schicken aber unbedingt e mail klar sonst kannst du nicht schicken und telefonnummer und vor allem skype skype nummer ist ganz wichtig dann nehme ich kontakt mit dir auf und dann kann ich dir erklären wie es auch für dich ist funktionieren kann weil es ist ja wichtig dass wir das streng vertraulich machen okay also alles liebe tschüss aber